Hallo, im folgenden will ich kurz zeigen, wie du den Echo Dot wieder mit dem Internet verbindest. Das kann passieren, wenn du einen neuen Router nimmst, das Passwort änderst, dann findet ihr natürlich kein Internet mehr, keine WLAN-Verbindung. Und das klingt dann ungefähr so. Alexa? Ich habe Schwierigkeiten, eine Verbindung mit dem Internet herzustellen. Ja, so sieht es aus. Anwaltungen zur Einrichtung findest du im Hilfebereich deiner Alexa-App. Dann gehst du in deine Alexa-App. Die jetzt hoffentlich schaut ein bisschen dunkel aus hier. Gut, wunderbar, gut zu sehen. Gehst auf Geräte, gehst auf deine, wie immer du den benannt hast und dann kannst du hier das WLAN-Netzwerk ändern. Ja, jetzt sagt er dir, der Echo Dot muss natürlich gelb leuchten. Das macht er noch nicht. Das macht er aber, wenn ich diesen Knopf ein paar Sekunden lang halte. Der Einrichtungsmodus ist jetzt aktiviert. Leuchtet orange. Alle den Anweisungen in deiner Alexa-App. Ah, relativ selbsterklärend. Wir gehen mal weiter. Jetzt sucht er das Gerät und da ist er auch schon. Das ist dann immer der explizite Name des Gerätes. Uh, er hat deinen Ton abgegeben und da haben wir es schon. Wir nehmen natürlich den Fuchsfunk 2. Mal sehen, ob das funktioniert. Also, du suchst natürlich dann das WLAN raus, was deinem WLAN entspricht. Ja, und jetzt sollte er doch hoffentlich irgendwie mal vorankommen. Dein Echo ist bereit. Das war es schon. Das Passwort kannte er bereits. Das habe ich nämlich nicht geändert, aber ich habe den WLAN-Namen geändert, um dir das zu demonstrieren. Ansonsten würde er noch das Passwort abfragen. Und ja, das war es schon. Alexa, wie ist das Wetter in Wien? In Wien, Österreich beträgt die Temperatur aktuell 3 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Der heutige Wetterbericht sagt trübes Wetter voraus mit einer Höchsttemperatur von 5 Grad. Und es funktioniert alles wieder, wie du eindeutig siehst. Ich kann auch Tipps zu gesunder Ernährung und Lebensstil geben. Dann lass es mal gut zu wissen. Einfach gib mir einen Ernährungsstipp. Ein Ernährungsstipp. Naja, das war vielleicht nicht ganz so gut, aber relativ leicht erklärt. In einigen Fällen kann es sogar sein, dass die App dich bereits darauf hinweist, dass dein Echo Dot keine Verbindung zum Internet hat. Dann geht das sogar noch schneller. Wenn das nicht funktioniert, kannst du genau diese einfachen Schritte gehen. Und das WLAN ist wieder da. Dann bis zum nächsten Mal.